Hu! Ha! Hu! Ha! Hallo und Herr Holawan! Herzlich Willkommen zu... Oh mein fucking Gott! Wie ich das gesehen habe, krass. Der ist nicht verbannet, der ist Hammer. Zack, zack. Und... Bureehr Phft ist es! Den hat sich zur Tode geschissen hier haben Oh aus der Typen Aach Junge, ich glaube, du hast echt einen langsamen und qualvollen Tod genommen. Ja, lass uns duschen gehen, Baby! Oh, ja. Oh, ausgegangen. Oh, jetzt werden wir gepuncht! Äh, ne, jetzt werden wir aufgepimpt. Pippt mein Anzug! Diesmal mit E-Sound! Ich werde packen! Pippt mein Anzug! Guten Tag! Oh! Loll! Das sieht nicht gut aus! Und hallo! Ja, das ist ja mal ein... Äh... Das ist ja mal ein Besuch-Kommentier hier. Aua! Wieso hast du mich angekotzt? Ich muss drauf machen. Money, Money, Money! Haltbarer! Beim ersten Teil kann man das wirklich sagen. Hier waren wir am Kapitel 1 gewesen. Ein abgestürztenes Schiff und wir waren bei einer Yushi Ichimura drinnen gewesen. Ha! Hier erinnere ich mich noch. Hier war noch der Penguin. Nein! Nicht jetzt! Okay! Oh Gott, ey! Weil... Viel Glück! Und die so... Nicht jetzt! Ich verstehe die... Weil... Ich verstehe dieses Mädchen nicht! Geilo! Heilige Scheiße! Was ist das? Was ist das? Ich bin fast aus, weil du sollst du mein Name aus. Huh? Was ist das Ding in dem? ok ich hab's geschafft ich weiß ja bescheid dass der inventar voll ist jedenfalls ist sicherlich auch immer ein sniper kotze kann man da kann auch wie weit schießen kann er das ist der hammer also ja 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 Untertitelung. BR 2018